Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum Hardware-Video. Ihr seht, ich habe was anderes an. Ich habe es halt den Tag nicht mehr geschafft. Frauchen kam dann mit der Kleine runter und die Kleine war den Tag ein bisschen sehr aufmerksam, bedürftig. Da war denn nichts mehr zu machen. So und jetzt wollte ich gerade anfangen, bereite alles vor. Kommt der Ticker anschmusen. So nichtsdestotrotz wollen wir die Kopfhörer, warte mal, da habe ich hier drin. Ich habe sie auch geladen gehabt jetzt und habe mir auch die zwei Seiten Anleitung, die es dazu gibt, durchgelesen. Da steht auch drin, die sollen aus sein, aber hier steht auch nicht, wie man sie ausmacht. Wir haben hier eine Tastenbelegung, also rüberstreichen, halten und was weiß ich alles. Aber da ist nicht ausmachen mit bei. Ticker, es ist doch gut jetzt. Tastenfunktion, Tastenfunktion. Also sie sind auch bei beiden Kopfhörern gleich. Also ihr könnt ja sehen, da ist links und rechts gemeint. Also man kann mit links und mit rechts steuern. Ja, aber da ist nichts mit ausmachen. Moment, ich muss mal schnell noch meine Brille holen. So, da bin ich wieder. Ticker ist auch vom Tisch. Jetzt hat er gemerkt, dass ich mich hinsetze und kein Fressen und ich gehe auch nicht am PC. Okay, dann legst du dich hier hin, bist ruhig, kannst du zugucken. Okay, so. Wiedergabe Schrägstrich Pause ist bei beiden gleich. Einmal drücken. Ist doch gut. Leg dich doch hin, Ticker. Ja. Sprachsteuerung. Zweimal drücken. Also ich denke, dass man denn Alexa, ach Quatsch, Google nutzen kann oder so. Das werden wir gleich testen. Anruf annehmen. Einmal drücken. Im Aufnahmemodus. Also in Klammern im Aufnahmemodus. Anruf ablehnen. Zweimal drücken. Im Aufnahmemodus. Lautsprecher reduzieren. Taste gedrückt halten. Äh, Lautstärke reduzieren meine ich. Aber wie geht es lauter? Das steht jetzt auch nicht da. Und was ich auch nicht wusste, Man kann auch da wireless mäßig sein Handy mitladen. Also das ist nicht nur für die Kopfhörer gedacht. Ist doch gut, Ticker, jetzt. Ungefähr zehn Stunden halten die Kopfhörer und fünfmal kann man mit dem Kasten die Kopfhörer aufladen. Steht hier drin. Ja, und also wir haben praktisch die eine Seite, dann hier. So, dann die beiden Seiten. Wartet, so. Einmal das. Einmal das. Und die Seite mit den Tastenkombinationen. Das. Und dann hinten, dass man beides lagen kann. Das war schon. Mehr ist da nicht. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. So, okay. Dann geht es ans Testen. Wir werden die jetzt einfach mal nutzen. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Kopfhörer einmal geladen, weil ich nicht wusste, wie voll die sind. Und da habe ich gedacht, machst du sie mal rin. Ladest sie gleich mal auf und dann kannst du ja gleich mal gucken. Also, ich mache auf und dann leuchtet es gleich hier. So. Welcher war denn das jetzt hier? Rechts, links? Das ist der rechte. Ui. Also, muss ich sagen, also, halten sehr gut dafür, dass sie In-Ears sind. Ich hasse ja die In-Ears. Ihr wisstet ja. Sind jetzt nicht so meins. So. Jetzt habe ich beide In-Ears drin. Also, sie halten auch noch mit den Standardgrößen, die jetzt da sind. Und hier könnt ihr das dann sehen. Da sind dann die Kontakte. Da werden sie dann praktisch geladen. Hier oben auch die Kontakte. Und wenn wir dann zumachen, passiert nichts. Es sei denn, die sind drin und müssen geladen werden. Dann leuchtet es hier. Und hier könnt ihr dann euer Handy rauflegen und laden. So. Und hinten haben wir halt den USB-Anschluss und dann hier eine Taste. Das stand aber auch nicht dafür, was die ist. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen jetzt mit Bluetooth verbinden. Ich muss jetzt erstmal Bluetooth anmachen. Und dann soll Pamu dastehen. So. Jetzt sucht er nach Geräten. Pamu Side. Genau. Die haben wir. Die wollen wir. Er verbindet. Verbinden, 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 verbinden. A pairing. Okay. Also ist connected. Aber hat er mir nur nicht links angesagt. Rechts nichts. Ist rechts überhaupt an? Gleich leuchtet. Ui. Ui. Ist gleich Musik an, Jan. So. Kopfhörer mit Pamu Side. Für die Kopplung. Ja. Autorisieren, verbinden. Ah. Jetzt habe ich sie auf der rechten Seite. So. Info. Telefon Audio ist an. Media Audio ist an. Kontaktfreigabe machen wir auch mal an. So. Wir können das jetzt auch umbenennen. Wollen wir jetzt natürlich nicht. Ich gucke nochmal nach, ob alle gespeichert ist. Ja. Ich habe jetzt halt nur die oberen beiden Waren an. Das untere habe ich jetzt nur angemacht. So. Das bin ich mal gespannt. Ich drücke jetzt einfach mal hier drauf. Ah. Hier steht was. Musikwiedergabe. Ein. Musik. Oh geil. Geht gleich los. Da stand. Seht ihr das? Musikwiedergabe. Und da könnt ihr es vielleicht besser sehen. Also das ist jetzt auch laut. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier... Ah. Ach Katha. Töger, geh doch mal hier. Kannst dich hierher legen, aber ist okay. Die... Also selbst wenn das Handy so ist, geht das an. Und wenn ich jetzt hier drückt halte... Jetzt muss ich mir das Heft drücken nochmal holen. Ah, wir können auch spulen. Zweimal drücken für ein Stück vorwärts. Einmal drücken. Anrufmodus. Jetzt bin ich im Anrufmodus. Jetzt ist praktisch die Musik aussehen. Verringern. Zweimal drücken. Ablehen. Dann komme ich automatisch zur Musik. Lautstärke erhöhen ist Taste gedrückt halten. Aber was ist Lautstärke verringern? Achtet auf der anderen Seite, Lautstärke verringern. Ah, okay. Geile Sache. Und dann kommt auch dann am Ende so ein Ding-Ding, wenn es nicht weiter geht. Also links runter, rechts hoch mit der Lautstärke. Machen wir mal natürlich. Wir wollen ja testen, wie es aussieht mit ganz voller Pulle, wa? Machen wir ganz hoch. Ist jetzt das Lauteste? Der Sound ist geil. Hört sich geil an. In der Hand. So, jetzt muss ich aber nochmal gucken. Das Mikrofon ist unten. Ich will auch wissen, wie die Mikrofonqualität ist. Guck der Schweiße. Korruptes Pack. Ein Netzwerk voll Lügen. Von Lügen erdacht. So. In der Hand. Ne, ist Quatsch. Links. Wenn ich links zweimal drücke. Google. Macht er denn was überhaupt? Ich muss mal gucken. Zweimal drücken. Elli, die Wohnzimmer an. Elli, die Wohnzimmer an. Ne, da ist er. Ach so, Aktion durchführen. Okay. Okay. Wir wollen Google nehmen. Okay. Also das macht er. Immer. Ich muss jetzt festlegen, dass Google immer nimmt. Elli, die Wohnzimmer an. Ach so, die geht hier. Die ist ausgeschaltet, sagt mir Google Assistants. Ja, die kann ich auch nicht einschalten, weil die Steckdose aus ist. Weil ich ja hier die ganzen Stecker rausgemacht habe, wo hier das Unwetter war bei uns. Mhm. Also Wiedergabe pausieren, Wiedergabe pausieren. Dann ist bei beiden gleich. Einmal drücken. Bei dem anderen ist zweimal drücken. Also links ist zweimal drücken die Sprachsteuerung. Und rechts ist zweimal drücken Stück vorwärts. Anruf annehmen. Einmal drücken links. Anruf annehmen. Einmal drücken. Genau, das ist genau das gleiche. Anruf ablehnen. Zweimal drücken. Anruf ablehnen. Zweimal drücken. Ist auch bei beiden gleich. Lautstärke reduzieren. Beim anderen ist es Lautstärke erhöhen. Also es sind nur zwei Sachen, die sich hier unterscheiden. Auf der rechten Seite geht es lauter. Linke Seite leiser. Sprachsteuerung zweimal drücken links. Und wenn man rechts zweimal drückt, geht das halt das Lied voran. Ja. Ähm. Testen wir gleich mal. Mama anrufen. Mama anrufen. Okay Google. Mama anrufen. Mutti-Mobil wird angerufen. Genau. Das ist wohl die ganze Zeit im Sperrbildschirm. Das ging jetzt einmal kurz Bildschirm an, dass ich das Bild von meiner Mutter gesehen habe. Jetzt ist es wieder aus. Die muss ich jetzt als Versuchkaninchen herhalten. Wenn sie herangehen würde, wäre das natürlich richtig klasse. Okay. Norm anrufen. So, ich habe jetzt zwei dran. Nachnamen kann ich jetzt nicht sagen. Nehmen wir mobil. Ne, nicht mobil. Norm anrufen. Normen anrufen. Normen anrufen. Wieso ist er jetzt bei Mutti hier gewesen? Das und das. So. Jetzt rufe ich gerade meinen Bruder an. Muss der mal herhalten. Meine Frau schläft, ja? Mit der kleinen? Ne, meine Frau schläft nicht. Ihr könnt gerne dazu kommen. Hätte ich das gewusst, hätte ich dich anrufen können. Warum? Weshalb? Weshalb? Ja, ich auch. Dein Bruder. Du, äh, ich, du musst jetzt als Versuchskaninchen herhalten, weil Mutti nicht Ranjang ist. Wie, 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 wie bin ich zu verstehen? Bin ich gut zu verstehen? Bin ich schlecht zu verstehen? Inwiefern komisch? Beschreib es mir. Schalt ein bisschen, halt ein bisschen. Aber man versteht, was ich sage. Ja. Ach, wenn es lauter redet, dann übertönt sich das. Okay, das ist gut zu wissen. Ich teste nämlich gerade Bluetooth-Kopfhörer, die halt mit so Ladestationen wird. So wie iPod, äh, Apple, äh, iPod, äh, iPod, äh, iPod, Dingsbums. Gedöns. Keine Ahnung. Also mein Bruder sagt gerade, ich höre mich so an, als wenn er mit dem Original-Samsung-Headset telefoniert, weil da hört man sind auch ein bisschen komisch. Das ist, äh, hilfreich. Ich danke dir. Aber man kann mich verstehen, sagt er. Das ist gut. Ich danke dir. Ja, okay. Ich versuche etwas lauter zu reden, aber Juna ist nämlich gerade bei Schatzi auf dem Arm. Oh, da ist er weg. So. Da hab ich aus Versehen auflegen gedrückt, weil ich mit dem Daumen hier rangekommen bin. Ja, da bin ich aus Versehen an den Knopf gekommen, also an den Kopfhörer. Und wenn ich links rankomme, einmal drücken, ist Anruf beenden. Im Funklauch? Ich bin nicht im Funklauch. Ich sitze zu Hause. Du bist hinter Potsdam. Okay. Gut. Aber das ist ja schon mal... Was? Ich soll richtig laut sprechen, mein Kurzhasis. Tut mir leid. So. Verstehst du mich jetzt besser? Also wenn ich lauter spreche? Sagt er, dann versteht er mich besser und es übertönt sich nicht. Also ich rede gerade in die Kamera, nicht, dass du dich wunderst. Also wenn ich lauter spreche, versteht man mich glasklar, sagt Norm. Wenn ich leiser rede, dann übertönt sich das teilweise. Ja, die Mikrofons sind hier oben. Also auf beiden Seiten sollen wohl Mikrofone sein, die sind hier oben. Und mein Mund ist ja hier und da kann das schon mal möglich sein. Soll ja auch nicht zum ständigen Telefonieren sein. Das ist ja eher was für Musik hören und so. Dafür ist er dir eher ausgelegt. Und halt mit Ladestation, dass man halt... Aber eigentlich Musik hören, ja. Doppelstereo. So. Gut. Ich danke dir, Norm. Dann frohes Schaffen. Bis dann. Ciao. Und einmal gedrückt und aufgelegt. Also das ist recht geil, muss ich sagen. Die Musik kommt auch richtig cool rüber. Aber ich... Ja, da geht's ja gleich an. Machen wir ein anderes Lied drin. Kommt geil. Also es kommt... Geil. Muss ich jetzt leider echt... Ich kann es nicht anders beschreiben. Es kommt richtig geil rüber. Es kommt geil rüber. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, wofür ich die nutze. Moment. So. Warte mal. Jetzt muss ich erst mal die Verbindung trennen. Bluetooth aus. Jetzt kommen sie wieder da rein. Das ist links. Hier ist auch... Was auch geil ist... Es ist... Ich muss mal hier drauf halten. Pairing. Ja. Ich will nicht pairing. In der Schachtel... Ich denke mal nicht, dass ihr das sehen könnt. Wartet mal. Ich nehme die nochmal raus. Da ist auch links und rechts. Also dass ihr die nicht falsch rein packt. Und sobald ich die hier rein mache... Das ist der rechte. Genau. Die werden auch hier magnetisch erhalten. Also die fallen auch nicht raus. Und rot heißt LAN. Ich muss auf jeden Fall meinen Bluetooth-Adapter... wieder an meinen PC heranschrauben. Ich habe ja so einen WLAN-Bluetooth-Adapter. Da habe ich jetzt extra zu meinem PC dazu gekauft. Ich könnte mir echt gut vorstellen, dass ich für die nächsten Reaction-Videos oder so... nicht meine Kopfhörer die großen aufsetze, sondern die aufsetze, wenn es so heiß ist. Weil dann schwitze ich nicht wie so ein Schwein. Dann ist das damit vielleicht ein bisschen angenehmer. Ich werde die auch beim Zocken mal testen. Und dann kann ich sie halt hier laden. Und USB habe ich ja am PC, dass ich die jederzeit wieder voll machen kann. Das werde ich auf jeden Fall mal testen. Weil so... Ich muss auch sagen, ich bin jetzt ein bisschen überrascht vom Tragekomfort. Ich kenne diesen Tragekomfort und diesen Halt von in-Ear-Kopfhörern so in der Form nicht. Es sind... Ich zeige die euch nochmal. Die sehen jetzt halt so aus. Die haben halt hier so... Seht ihr das? Und normalerweise bin ich die gewöhnt... Also wie so normale Kopfhörer. Also wie wenn ihr das hier hinten seht. Und dann halt diese Pinöpelchen in die Mitte dran... Und da habe ich mit allen möglichen versucht. Mit dicken, mit mittleren, mit kleinen und drin gestoppt. Die halten bei mir nicht. Die fallen mir immer aus den Ohren. Deswegen habe ich in ihr immer gehasst. Aber jetzt für das erste Tragen haben die einen geilen Tragekomfort. Und die sind mir nicht rausgerutscht. Ich musste die auch nicht nachstopseln. Also das werde ich auf jeden Fall mal in einem Livestream testen. Ich muss nur gucken, ob die kompatibel sind. Ob mein PC Bluetooth mäßig die annimmt. Weil wenn, dann wäre das echt geil. Das wäre für mich eine geile Alternative. Weil wenn hier über 30 Grad in der Bude sind. 35, 36 Grad. Und du dann mit so fetten Gaming-Kopfhörern sitzt. Wenn du ein Reaction-Video machst oder beim Zocken. Oder einfach nur so sprichst mit deinen Leuten. Die Soße läuft. Die Soße läuft einfach nur runter. Und da, also das werde ich auf jeden Fall testen. Also das mache ich gleich. Ich mache gleich einen PC an. Das werde ich als erstes testen. Also von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Klare Empfehlung. Ich finde sie geil. Hätte ich jetzt so in der Form auch nicht gedacht. Ich habe eigentlich getestet. Meine Frau sagt immer, guck doch mal wie ein... Ich mag ja auch die In-Ears nicht so. Und wie ein Kopfhörer. Aber halt Bluetooth mäßig. Und dafür sind die echt cool gemacht. Muss ich echt jetzt mal so sagen. Das jetzt am PC nutzen. Das kam mir jetzt erst die Idee. Also das werde ich auf jeden Fall testen. So. Link haue ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat. A Däumchen wäre A Träumchen. Sound, wie gesagt. Bass kommt gut rüber. Die Stimmen kommen gut rüber. Die Steuerung funktioniert gut. Man muss sich halt ein bisschen orientieren. Aber das ist Routine. Stumm. Also Play. Anruf annehmen. Und laut leise. Dass das verschieden ist. Da muss man erstmal rinkommen. Aber sonst funktioniert das wirklich gut. Und sehr direkt. Ausmachen kann man sie nicht. Also ich habe... Man soll sie ausgemacht hier reinpacken. Steht auch in der Anleitung. Aber nirgends ist irgendwie beschrieben wie man sie ausmacht. Jetzt habe ich einfach sie vom Bluetooth gekopselt. Abgekoppelt. Und... Ja. Jetzt laden sie da drin. Ja. Und... Ich hoffe das reicht. Weil mehr kann ich da jetzt nicht machen. Ich habe euch die Tastenkombination hier vorgelesen. So. Nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt hier verabschieden. Wie gesagt. Wenn es euch gefallen hat. A Däumchen wäre A Träumchen. Ich hoffe wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin. OITSTEST